Olight Varrier X Pro. Puh! Eine 2250 Lumen starke taktische Lampe. Und wenn du wissen willst, ob die etwas für Bushcraft und Survival ist, ja dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Show. Schön, dass du dabei bist. Taktische Lampe von Olight Varrier X Pro. Das Teil hat hier hinten den Ein- und Ausschalter, das heißt, das ist alles taktisch gemacht und hat halt auch ein fettes Teil, nämlich ein 5000 mAh Lithium-Ionen-Akku. Also da tut sich schon einiges. Und das ist nämlich auch gleich der Punkt dabei. Das hier ist ein richtiges Lichtschwert, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt mache. Wir sind jetzt im September 2020. In einem Jahr ist das vielleicht schon wieder Kinderkram, aber jetzt ist das wirklich so ein richtiger fetter Brummer. Es gibt noch stärkere, das ist klar, aber das Ding kann schon einiges. Diese 2250 Lumen, die sind die ersten paar Minuten der Fall. Das heißt, am Anfang, wenn die komplett geladen ist, dann gibt das Ding wirklich volle Kanone. Der Hersteller sagt, bis zu 600 oder 700 Meter leuchtet das aus. Wir werden uns das jetzt dann nachher auch gleich draußen anschauen. Also es ist wirklich stark. Es hat mich selbst überrascht. Das Zweite ist, es ist ein sehr fokussiertes Licht. Also das ist jetzt, wie du jetzt siehst, hier jetzt an der Stelle recht knapp. Es ist aber auch eine taktische Lampe. Ein Strahler, wenn man so mag. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel dieses Teil hier, Nightcore, den habe ich auch gerade im Test. Da wird bald ein Video dazu kommen. Das ist momentan meine Lieblings-EDC Lampe. Die hat auch an 5.000 mAh Lithium-Ionen. Aber die ist nur taktisch, da kann ich nicht da hinten aufdrücken und kampf und ja und... Und außerdem, du wirst jetzt gleich sehen, das ist auch nicht irgend so ein kleines Licht, die Dingsi gibt auch dementsprechend Gas. Aber schau her, das hat dann ganz ein anderer, das war jetzt der Power-Modus. Das heißt, das streut einfach sehr viel mehr. Und das muss dir ganz einfach bewusst sein, dass das hier eine taktische Lampe ist, die genau alles schön zusammenfokussiert und in die Weite strahlt. So, dann das Zweite, was uns bewusst sein muss, das Aufladen von dem Ding, also wenn es einmal leer ist, das geht nicht in 5 Minuten, sondern eher 5 Stunden. Also das lädt wirklich extrem lang und der patentierte oder typische Olight-Ladeverschluss, den zeige ich dir dann nachher auch. Das ist ein vorderer Nachteil, das muss man uns dann anschauen, aber es hat mir genug geschwanert. Unten findest du den Link auf Amazon, schau dir das ganz einfach an, dort hast du alle technischen Daten, Gewichte und so weiter, da will ich jetzt gar nicht drüber reden. Ich will jetzt Leuchteleucht machen. Na gut, dann leuchten wir mal. Und da siehst das Teil, da strahlt so richtig aus. Die Kamera kann das gar nicht auffassen. Ich leuchte da extrem weit rauf. Also wenn du schon öfter Videos für mich gesehen hast, dann weißt du, dass hier im Hintergrund oben ein Waldrand ist. Da sehe ich alles ganz genau. Die Kamera kann das, wie gesagt, gar nicht festhalten. Und hier im Nahbereich, also wenn du da stehst und jemandem das Gesicht leuchtet, hörst. Halleluja. Oder wenn du etwas absuchen willst. Also das ist wirklich fett. Ich mag jetzt im Vergleich dazu die Nightcore, die ich gerade vorher angesprochen habe, präsentieren. Und schau mal her. Die ist auch hell, aber hier, da an der Stelle, die kann ich nicht fokussieren. Also da kann ich nicht darauf leuchten. Die leuchtet nur diesen Bereich da aus. Ist super fürs Camp ausleuchten, aber nicht zum Suchen oder zum jemanden so richtig schön blenden. Da ist Nightcore. Nicht das richtige, sondern da brauchst du die Barrier X von Olatier. Also ich glaube, du hast gesehen, dieser Strahler ist wirklich ein fettes Teil. Und jetzt wollen wir uns noch ein paar Features anschauen und dann zum Fazit kommen. Also so geht das Aufladen. Und das mag gut und nett und schön sein. Und ist auch toll, weil ich dann nichts aufmachen muss, sondern einfach da anhängen und fertig. Aber es hat einen Nachteil natürlich, jetzt aus Long Term, also so Langzeitüberlebenssituationen. Wenn ich dieses Kabel hier nicht mehr habe, dann habe ich eine schöne Lampe. Dann brauche ich eine Alternative, dann muss ich es irgendwie anders tun. Also ich brauche wirklich diesen Stecker. Also wenn ich den verliere, dann geht das nicht. Jetzt kann man sagen, ja Reini, aber wenn ich den Stecker verliere von diesem Nightcore-Dreck, den du da hast, den ich sage, ja nicht Dreck, würde ich dann darauf sagen. Also ich werde die sehr bald vorstellen. Die ist auch super an das Gebiet. Die hat zum Beispiel hier mit USB, kann man die direkt laden. Jetzt könnt ihr natürlich diesen Akku auch da reingeben und habe ich dann im Endeffekt doppelt gemoppelt. Und das würde ich dir, wenn du auf Krisen überleben oder wenn du jetzt zum Beispiel unterwegs bist, längerfristig und das für die Thema ist, ohne Hinsetzen. Weil, wie gesagt, jedes USB-Kabel und hier an der Stelle eben nur die Wurst hier. Das ist vorteilhaft oder nachteilhaft, das musst du wissen. Soll auf jeden Fall so sein. Gut, nur damit du Bescheid weißt. Das nächste ist, das ist die dazugehörige Tasche. Die ist Molle-kompatibel, ist alles okay, aber mit seinen Magneten, also die macht richtig so klack und ist auch schön. Könntest du aber auch hergehen und sagen, ja, ich stehe da nicht drauf, sondern ich will. Aha, jetzt ist natürlich angemacht, ist der Vorführeffekt in meinem Molle-Teppich. Billige Eigenwerbung, die gibt es bei mir im Shop. Ich gebe da unten den Link. Könntest du jetzt natürlich auch das Tool Porch nehmen. Das gibt es auch bei mir im Shop. So billiges Eigenwerbevideo hier. Aber so soll es sein. Da passt das auch rein in das XL. Also das passt auch alles ganz gut, wenn du auf diese Art und Weise stehst oder irgendeine andere Tasche. Das ist alles okay, das ist alles super. Dann, es gebe die Möglichkeit, das ist mir jetzt runtergefallen. Das muss ich kurz holen. Bei mir wird nichts geschnitten. Das ist immer alles live sozusagen oder echt. Du kannst jetzt hier diesen Rollschutz, ich nenne das jetzt mal so. Das hat wahrscheinlich auch noch andere Bedeutungen. Und den Clip runternehmen und dieses Teil hier einsetzen. Dann ist es anscheinend besser. Also mir taugt das überhaupt nicht. Ich will es genau so haben, wie es jetzt ist. Und es ist schön so. Nächster Punkt. Das Teil wird extrem heiß. Also aufpassen. Wenn du das länger laufen hast, die Finger werden richtig schön warm. Wirklich schön heiß hier. Also aufpassen. Und man kann so Spiele machen damit. Indem man eine Lupe davor hält. Aber da musst du selber experimentieren. Wie gesagt, ich gebe dir den Link auf Amazon. Dort habe ich es auch gekauft. So. Und dann gibt es Leute, die sich beschweren und sagen. Ja, die Lampe ist eh super. Aber die hat nicht zu viele Modis. Da gibt es nämlich nur zwei. Modus A und Modus B. Den hellen. Mit 2250 am Anfang. Und dann halt immer weniger. Und dann diesen 300 Lumen. Aber ich würde es gerne programmieren. Ich will das blink. So Strobe und so SOS. Und dass ich es einstellen kann. Regulieren und so weiter. Das ist eine taktische Lampe. Die braucht das nicht. Sag ich darauf. Zumindest meine Sicht der Dinge. Meine Sicht der Dinge. Die braucht das nicht. Ich will, wenn du fest drauf drückst, kriegst du volle Power. Ja. Und wenn du nur leicht drauf klickst, dann hast du nur 300 Lumen. Und ich kann jetzt auf einmal so richtig fest drauf drücken. Dann kommt gleich volle Power. Die braucht nicht mehr. Wie gesagt, das ist eine taktische Lampe zum jemanden in die Goschen leuchten. Oder auf Distanz etwas ableuchten. Mehr brauche ich nicht. Fertig. Das ist halt so. Wenn du etwas willst, was man schön programmieren kann. Und Pipifax und sowieso. Und überhaupt gibt es viele andere Lampen. Oder eben dieses Nightcutting hier. Das ich wie versprochen bald vorstellen werde. Ja. Das ist eine super Lampe. Aber das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ganz einfach. So. Und daher. Nur Modus A und Modus B und fertig. Das heißt, da ist auch nichts viel zu lernen oder viel falsch zu machen. Coole Sache. Ist es eine Empfehlung wert? Ja. Auf jeden Fall. Weil mich Leute auf Instagram zum Beispiel, ich schaue da auch bei mir vorbei, immer wieder fragen. Du Raini, was ist das beste Selbstverteidigungsding? Blablabla. Bipapo. Und für Home Defense und so. Pass auf. Ich bin kein Selbstverteidigungsexperte. Das bin ich nicht. Sondern eben nur so ein bisschen anklärend. Ja. Und weil mich Leute fragen, Schreckschusswaffe. Schreckschusswaffe. Ja. Besser als nichts. Aber das hier. Ja. Gehört auch in eine Home Defense dazu. Und damit jetzt nicht, kann ich jetzt niemandem wehtun. Aber ich kann ihn gescheit in die Kuscheln leuchten, wie man so schön sagt. Ich kann Herr oder Frau der Lage bleiben. Ich kann hier Licht ins Dunkel bringen und wirklich eine Blendwirkung erzielen. Und dann halt andere Maßnahmen setzen. Schau auf Instagram vorbei. Das lohnt sich auch immer wieder mal. Du kannst mir auch Fragen stellen. Die beantworte ich ausschließlich auf Instagram. Das ist mir sonst über die anderen Kanäle mittlerweile zu kompliziert geworden. Okay. Das heißt in diesem Bereich. Auf jeden Fall eine Überlegung wert. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich dann mit einem zweiten Ding, um etwas tun zu können, wenn man das will. Aber das ist einmal auf jeden Fall fett. Ist es etwas für den Bushcrafter? Ich weiß nicht. Also jetzt wirklich. Wenn ich so an mein Lagerleben denke und wir tun ein bisschen Campen und dann tun wir was essen und dann tun wir was trinken und dann gehen wir zu uns in den Zeltplatz usw. Dann ist das hier das Mittel der Wahl. Das hier ist eine taktische Lampe. Und immer wenn du einen taktischen Einsatz hast oder wenn du etwas suchen willst, wenn du etwas ableuchten willst, dann ist das eine Überlegung wert. Das war's. Schreib mir deinen Kommentar. Daumen nach oben oder nach unten. Wenn du Lampenexperte bist, der ich übrigens nicht bin. Ich bin nur Anwender. Dann schreib mir auch dazu was ich alles vergessen habe. Welcher Chip da drin ist und welches Lampe verbaut ist und warum. Es war alles wurscht. Ich weiß, dass es funktioniert. Vielleicht schreibst du uns was. Das würde mich wirklich freuen. Werde was dazu und alle anderen auch. Die gerne Kommentare lesen und Wissen ergänzen. Ein Abo dalassen. Da geht es zu meinem Shop. Ein anderes Video. Es hat mich gefreut. Und auf Instagram reinschauen. Bis bald und ciao.